Die Zelle wurde Ende 2014 von den drei älteren Brüdern gegründet. Kurz darauf nahm Abdelbaki Es Sati Kontakt zu ihnen auf. Zusammen sind sie der Kern der Zelle, der entscheidet, das Tempo vorgibt und die übrigen rekrutiert. Sie schreiben, einer der Schlüsselaspekte sei, dass es sich um eine sehr geschlossene Gruppe handelte. Glauben Sie, dass unter anderem diese Geschlossenheit den Anschlag überhaupt ermöglichte? Es waren drei Brüderpaare und zwei dieser Paare waren Cousins. Die älteren Brüder waren zwischen 22 und 24 Jahre alt. Die jüngeren Husa, Said und Omar waren zwischen 19 und 21.